Hi, mein Name ist Albert Brückmann und mit Memento Stories kümmern wir uns um die Lebensgeschichte und den emotionalen Nachlass von Menschen. Als meine Oma vor drei Jahren gestorben ist, hat sie uns ihre Lebensgeschichte in Form von vielen losen Blättern hinterlassen. Handschriftlich verfasst und nicht zusammenhängend strukturiert. Bis heute hat sich niemand so wirklich dazu durchringen können, diese Geschichte auch in eine geordnete Form zu bringen. Und diesen Aspekt wollen wir mit Memento Stories ändern. Und zwar stellvertretend nicht nur für Omis und Opis. Wir machen es jedem einfach möglich, seine eigene Lebensgeschichte in ein interaktives und spannendes Buch zu bringen und das sozusagen mit der Familie zu teilen. Wie funktioniert es? Wir haben einen Fragenkatalog entwickelt mit mehr als 500 Fragen zu vielen Lebensbereichen, in denen Menschen stecken. Und wir schicken unseren Kunden jede Woche ein bis zwei E-Mails oder über unsere App eine Nachricht mit Fragen wie zum Beispiel so einer. Weißt du noch, was du von deinem ersten Gehalt gekauft hast? Was war das? Wow. Die Oma oder der Opa kann jetzt entscheiden, diese Frage schriftlich zu beantworten, vielleicht ein paar Bilder noch an den Bericht mit dran zu hängen oder aber über unsere interaktive App das Video zu dieser Geschichte aufzunehmen. Genau. Er setzt sich aufs Sofa und spricht das praktisch ein. Egal, wie er sich entscheidet, wir machen Folgendes. Wir erstellen am Ende daraus ein Buch. Und jetzt kommt der Clou. Wir integrieren das Video, die Geschichten der Menschen mit der Augmented Reality direkt ins Buch hinein. Das heißt, wenn man das Buch aufschlägt, erzählt der Opa und die Oma die Geschichte nochmal. Ein weiterer Vorteil von Memento Stories ist auch, dass die ganze Familie sich an dem Prozess beteiligen kann. Das heißt, der Enkel kann der Oma eine Nachricht schicken, die freut sich über die Wertschätzung und die Zeit, die der Enkel entgegenbringt. Und das motiviert die Oma natürlich auch, dieses Buch dann fertig zu kriegen. Ja, laut einer Studie vom letzten Jahr sind Gutscheine und Bücher immer noch die beliebtesten Geschenke. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit Memento Stories hier direkt in dieses Sortiment passen. Der Markt, das Marktvolumen in dem Bereich liegt bei circa 40 Millionen Euro. Und wir sprechen dabei Menschen über 50 an. Es sind circa 400.000 in Deutschland. Ja, wir sprechen nochmal, genau. Ja, und wir werden diese Bücher über unseren Online-Shop erstmal vermarkten. Und zwar in drei Varianten. Zu 69, 99 und 149 Euro. Und ich freue mich natürlich über Partner. Ich freue mich auch über Investoren, die die Werte von Memento teilen. Nämlich liebe Menschen unvergesslich zu machen. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank.